Oh nein, das tut so weh Leute, ich kann auch gegen nix machen. Ni hao meine lieben Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Oh mein Gott Leute, ihr seht schon wieder, und zwar pushe ich wieder einfach einen Rang 35er Leute. Ich finde noch 23 Trophäen, das sind genau 8 Games Leute. Und wenn ihr sowas feiert, wir machen ein Deal, okay, die Season endet in 3 Tagen. Beziehungsweise wenn ihr dieses Video anseht, in 3 Tagen, beziehungsweise sind es glaube ich dann noch 2 Tagen. Leute, wenn dieses Video 20.000 Likes hat, werde ich in diese Season noch pushen. Das heißt, ihr habt genau 3 Tage Zeit, die 20.000 Likes voll zu machen. Teilt dieses Video unbedingt mit euren Freunden. Leute, wenn ihr sowas feiert und mich unterstützen wollt, dass ich YouTube Fulltime mache, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Creator Code im Shop einträgt. Unter anderem verlose ich auch jede Woche eine 25 Euro Google Play oder iTunes Karte in diesem Monat. Und ab und zu verlose ich auch 15 Euro für den Battle Pass, der auch gerade neu dazu rausgekommen ist. Abonniert sehr gerne diesen Kanal, es gibt jeden Tag ein Video und jeden Abend gibt es auch ein Stream. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Übrigens Leute, habe ich einfach letzte Season an einem Tag 2 Rang 35er gepusht. Und diese Season habe ich eigentlich zeitlich, schaffe ich das nicht, aber ich mache einfach jetzt die ganze Nacht durch, nur um einen Rang 35er auf Ehre zu spielen. Leute, wir haben gerade glaube ich einen 30er Winning Streak, was mega heftig ist. Und ja, let's go, würde ich sagen. So Leute, das erste Game, let's go. Oh, okay. Wir hatten heute, muss ich ehrlich sagen, nicht so Try Hard Gegner, um ehrlich zu sein. Die Games gegen auf jeden Fall fit. Ah, ich glaube das sind nicht schlechte Spieler Leute. Ice Bike kenne ich. Der ist auch in meinem Club drin, ne? Also in dem Club, wo ich auch drin bin. So. Leute, wundert euch nicht, warum ich nicht so viel rede, weil ich muss mich konzentrieren. Ne, wir sind gerade in einer riesen Winstreak. Und wir spielen halt auf 1200ern, ne? Wir sind alle sehr, sehr hoch. Let's go. Nice. So. Ich muss jetzt gucken, dass Ems nicht meine Piper tötet, ne? Sehr gut. Boah, ist hart. Foco Heald. Die gute Mettwurst. Wollen wir, wer ist das? Leute, der heißt einfach Mettwurst. What the hell? Sehe ich jetzt. QLS Mettwurst wird wahrscheinlich ein Deutscher sein. Das Gute ist mein, oh mein Gott, mein Surge hat Stufe 4, ne Leute? Also ist Max. Der macht übelst viel OP-Damage und absolute OP-Range. Leute, schreibt mal in den Kommentaren, ob ich Surge noch auf 35 push. Wenn dieses Video, wie gesagt, die 20k Likes hat, Leute, werde ich in dieser Season noch einen auf 35 pushen. Ihr wisst, Leute, ich halte mein Wort, ne? Der wird nochmal eine ganze Nacht durchsuchten und dann einfach mal einen auf 35 pushen. Ihr dürft sogar entscheiden, welchen Brawler, Leute, ne? Deswegen teilt dieses Video unbedingt mit euren Freunden und lasst einen Daumen nach oben da. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wie gesagt, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Oh, let's go. Sehr, sehr schön. 20 Trophäen noch. So, Leute, wir haben ein nächstes Game gefunden. Ich muss echt sagen, vom Matchmaking her geht es tatsächlich in Gemgrip. Wo wir auf Siege gespielt haben, habe ich bis zu 15 Minuten gesucht pro Game, ne? Jetzt, oh mein Gott. Jetzt haben wir, ähm, 8 Minuten gesucht. Geht auf jeden Fall fit. Sorry, ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Meine Teammates inten gerade auch ein bisschen. What the hell? So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was links ist. Vielleicht müssen wir die Seiten wechseln. Ne, Tara, okay. Mal kurz fokussieren. Der nimmt mich aber anders, Hopps, ne? Ich gebe jetzt einfach Mitte Cover, Leute, weil ich komme nicht mehr rein. Jetzt weiß ich, wo er ist. Jetzt komme ich rein. Let's go, Leute. Ich habe ihn einfach wegteleportiert. Let's go, Baby. 200 IQ, Leute. Ich habe ihn hier extra hier reingeultet, damit er wegjumpt, ne? Weil rein theoretisch könnte ich nicht mehr gewinnen. Wenn man, wenn Gale einmal Kontrolle hat, also auf der Seite gegen Gale, hat derjenige immer verloren, ne? Ihr seht, er kommt nie wieder rein, dieser Gale. Der hier würde immer verlieren im 1v1 jetzt. Sehr, sehr nice. Puh, aber das wird noch eine längere Nacht, Leute, weil ich werde natürlich auch Ehrenmann machen und auch deren Helfen, also ihre Rang 35 zu machen, ne? Also 17 Profäen und dann geht's noch weiter. So, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ne? Wir haben, äh, ich habe jetzt ein neues Teammate, einen neuen Teammate, weil man, also wir haben zweimal hintereinander verloren und dann ist mein Teammate aufgegangen einfach. Ripped up. Oder er musste halt auf, war halt schon spät. Tut echt weh, muss ich ehrlich sagen. Jetzt haben wir über zwei Stunden oder so das Minus rausgeholt. Na, die Minus, äh, das Doos, die Loses habe ich jetzt rausgeschnitten. Und ja, jetzt sind wir wieder bei 1233 oder, ja, ich glaube 1232 wieder angekommen. Und uff, Leute, ihr hört schon die Kirchenglocke. Wir haben gerade 7 Uhr morgens. Äh, ich spiele schon wieder die ganze Nacht. Nur, um auf Ehre, Leute, in Rang 35 nochmal zu pushen für euch. Und Leute, denkt daran, wenn dieses Video die 20k Likes kriegt, ne? Werde ich in diesen zwei Tagen noch, noch einen auf 35 pushen. Ich weiß nicht, ob ihr das entscheiden könnt. Ich muss gucken, welche Map da ist, natürlich. Wo die halt gut sind. Aber ich schätze mal so, ihr könnt gerne mal schreiben, wenn ihr wollt, kann ich Spike oder Pam. Glaube ich, da kommen noch gute Maps. Ja, Pam oder Spike, denke ich. Oder Piper, könnte ich aber noch pushen. Denke ich. Also, ja. Schreibt mal gerne, wie gesagt, in den Kommentaren. Teilt unbedingt dieses Video auf Ehre mit euren Freunden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, Leute. Wir haben legit 7 Uhr, ne? Ohne Witz, ich habe schon, ich spiele die ganze Nacht gerade. Wir haben zwei Games verloren. Das hat uns bestimmt 2-3 Stunden gekostet. Das tut echt weh. Aber okay, Leute. Hauptsache, wir schaffen Rang 35 heute noch. Und das Video soll unbedingt heute noch kommen, ne? Das heißt, nach dem Video werde ich dieses Video schneiden und hochladen im Stand. Oh mein Gott, Leute. Ich habe ohne Witz jetzt 18 Minuten gesucht, ne? 18 Minuten. Das ist so crazy, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich so lange ein Game gesucht habe. Obwohl wir schon 7 Uhr morgens haben. So, nochmal kurz konzentrieren. Oh. Er stirbt. Nein. Lol, wie close. Jetzt. So, ne, Leute. 5 Wins noch, wenn ich mich nicht täusche. Muss jetzt drin sein, Leute. Ihr müsst mir jetzt alle die Daumen drücken, dass wir jetzt gewinnen. Ich habe gar keine Lust zu tilten jetzt. Ich meine, Geld an sich kann ich ja überall noch spielen. Oder am Brawl Ball oder so noch pushen. Aber wir haben halt jetzt legit jedes Game 10 Minuten gesucht. Das hat sogar 16 oder so gedauert. So, nice. Sehr, sehr nice. Let's go. Vielleicht, Leute, wenn ihr wollt, schneide ich in dem nächsten Video den Loose rein. Einfach so mal rein. Dieser Loose war echt unnötig, ne? Da hat meine Piper nicht geguckt. Und dann hat Tara alles gepullt, ne? Es war echt anlag, diese eine Loose. Der andere Loose, ja, da konnten wir nichts machen. Da war Internetprobleme, ne? Aber der eine Loose hat echt weh getan. Verlieren an sich ist nicht schlimm. Ja, doch. Es ist schlimm. Aber das Matchmaking ist halt Katastrophe, weil wir halt so lange suchen werden, Leute. Deswegen ist Bescheid. So, nice. Ihr seht immer nur Katzen, ne? Wie gesagt, ich such halt wirklich legit ewig lange für ein Game. So, nächstes Game gefunden. Oh, dieses Mal spielen wir... Oh, gegen das Team haben wir noch gar nicht gespielt, gegen so eine Combo, glaube ich. Sandy kann auch sehr, sehr stark sein auf der Map. Gene, Gene, Leute, wenn ihr, ähm, Gem Grab spielt, müsst ihr aufpassen. Gene ist mega stark. Immer. Ein Fehler und ihr habt sofort das Spiel verloren. Ein Fehler nur. So. Pam gewinnt die Seite immer. Das ist sehr gut, ne? Pam ist mega nice zu haben. Nice. Dieser Heal war Waste, aber egal. Sehr schön, Hab ihn. Nice, let's go. Läuft gut bisher, läuft gut. Oh, Crow hat jetzt jump ich. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, nice. Geil Game von Fabio. Sehr, sehr schön. Ich hole ihn jetzt in Jam. Oder auch nicht. Stun ihn. Nein, 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 nein. Oh. Sehr, sehr gut. Jump. Oh, let's go, Leute. Danach sind es nur noch drei Games. Aber ich muss noch weiterspielen, weil ich ihnen ja auch helfe, Leute. Ihr wisst ja, ich mache Ehrenaktionen. Ich lasse ihn ja nicht einfach alleine da, ne? Ich helfe ihn auf jeden Fall auch noch. Oh. Oh, ich habe mich... Oha, Mann. Ich habe gerade Herzinfarkt bekommen, Leute. Oh, ich habe gerade Herzinfarkt bekommen. Ich habe gedacht, er wurde gepoilt. Oh, mein Gott, Leute. Da haben wir nur noch zwei Games. Drei, meine ich. Drei. So, Leute. Game Nummer eins von drei. Ich hoffe, das sind die letzten drei Games. Erstmal für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele noch Fabio fehlen. Ich schätze auch noch fünf, sechs Stück. Aber wenn ich dieses Video erst mal im Kasten habe, Leute, dann bin ich echt glücklich. Nice. Hab ihn. Sehr schön. Ich muss jetzt auch mega tryharden, ne? Sehr, sehr gut gespielt. Nice. Oh, diese eine Lose. Wirklich, Leute, ne? Der ist echt hart. Ich hätte jetzt einfach schon seit drei Stunden schlafen können, oder? So, ne? Aber nein. Ne. Gönn nicht. Ich bin tot. Oh, oh. Bitte nicht. Genau so eine Aktion, so eine ähnliche Aktion war, wo wir verloren haben. Als Tara. Also meine Pipe ist hochgepusht. Und dann hat eine Tara gepullt. Und dann war GG. Oh, oh. Jetzt hat die wieder gepullt. Oh, nee. Bitte nicht. Ich habe immer übelst Paranoia, wenn Tara Pull hat. Mittlerweile, Leute. Wenn ich gleich schlafen gehe, dann träume ich erst mal davon. Kappa. Oh, mein Gott. Genau davon träume ich. Oh. Oh, nice geschossen. So, warte. Ich jump mal rein. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr nice. Wir haben Control wieder. Und wir haben auch die zehn Jams. Oh, mein Gott. 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 Was war das? Holy. Oh, Leute. Hätten wir jetzt verloren, muss ich euch ehrlich sagen. Will ich... Leute, ich muss dieses Video unbedingt hochladen heute noch, ne? Ich muss, das ist jetzt... Ich hab diesen Sucht, Leute. Diesen Suchtfaktor. Diesen Rang 35er Sucht. Und natürlich will ich euch nicht enttäuschen, Leute. Denn ihr wisst ja, bester Spieler der Welt, das bin ich. Leute, denn wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, YouTube Fulltime, rechts in meinen Creator-Code eintragen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, er schreibt jetzt nicht, dass er aufhört. So, ich hoffe, die letzten zwei Games... Sprout ist auch sehr stark gegen uns, Leute. Gerade gegen Piper. Weil Sprout hat halt diese OP-Range. Ich hoffe, meine Piper macht das clean, aber ich vertraue mal meiner Piper jetzt. Ihr seht, es ist sehr... Also, wir müssen echt unsere Seiten hart gewinnen, ne? Weil Mitte wird nichts machen können. Es seien, wir gewinnen unsere Seiten hart genug. Sehr, sehr nice. Gut. Jetzt zieh ich mich hoch. Und versuch zu helfen, dass wir Mitte aufmachen können. Ah, ist schwer. Ist schwer. Ah, jetzt. Sehr schön, hab ihn. Wird sterben, aber ist okay. Oh, er hat Gadget gedrückt. Sehr gut. Hier ist ein Carl drin, ne? Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was er da macht. Zu wechseln gegen ein Spike ist nicht unbedingt die beste Idee, was er da macht. Oh, oh. Oh, jetzt muss ich meine Gadgets gut benutzen, Leute. Sehr, sehr nice. Ich hab ihn getötet. Aber sterben natürlich auch. Ist klar. Oh, Piper, please. Don't. Ich hab nur noch einen Gadget, Leute. Einen Gadget, den muss ich sinnvoll benutzen. Sehr gut. Ich hab ihn Spike wieder getötet. Ich muss aufpassen, dass meine Piper nicht endet. Oh, ich muss noch mal Spike töten. Ich muss Spike noch mal töten. Oh, close. Oh, uns wird nur noch zwei Gems. Einen Gem noch. Oh, Leute, das ist so close. Nice. Ist gut, dass er aufmacht. Ich weiß, ich sehe leider nichts, ne? Das weiß ich. Oh. Oh. Oh, ich hab noch gecountert. Gestoppt. Nein, Leute, das gibt Minus, glaube ich. Ah, das tut so weh. Das tut so weh. Oh, nein, das tut so weh, Leute. Ich kann auch gegen nix machen. So, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin mega getiltet, dass wir verloren haben. Also, wirklich. Aber es ist das letzte Game. Ich hab die, ich hab jetzt, ähm, nicht mehr aufgenommen und mich konzentriert. Ich werd jetzt auch nicht mehr viel reden hier. Das ist mega stark, holy shit. Mein Mr. P braucht seinen Pinguin, ne? Boah, ich treff ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Das ist mega mein Bad. Nice, hab sein Gadget, äh, hab seine Ulti gestoppt. Das Game ist echt mega hart. Okay, it's worth, it's worth. Ich muss, oh mein Gott, ich bin lost. Oh, nice, wir haben den zählten Gem. Bitte, come, please. Leute, ich hab so gezielt, das ist das erste Mal, wirklich, sag ich euch, real talk, dass ich so getiltet habe, Leute, ne? Beim Rang 35er Push. So getiltet bin ich. Oh, oh. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, wir haben jetzt endlich diesen Brawl auf 35, Leute. Let's go. Leute, wenn ich jetzt kein kostenloses Abo dalass und meine Creator Code auf Ehre eintragt, dann weiß ich auch nicht, ne? Holy, Leute, wir haben jetzt mittlerweile schon 11 Uhr, Leute. Wisst ihr, wie lange ich jetzt gebraucht habe? Ich hab ja, ihr wisst ja, ähm, ich versuche manchmal so bis zu 15 Minuten, ne? Und brutal, Leute. Ich bin so getiltet gerade. Ohne Witz, ich glaub, heute mach ich echt einen freien Tag, Leute. Ihr seht, hier haben wir Hot Zone probiert, weil die Map ist verschwunden, ne? Und dann mussten wir in der anderen Map spielen. Dann haben wir Hot Zone die Kombo probiert. Und ja, dann haben wir einfach auf YOLO-Basis nochmal Jam Grab gemacht, Leute. Wie gesagt, lasst ein kostenloses Abo. Tragt gerne meine Creator Code ein, wenn ihr sowas feiert. Komm, den Leon, Skin, den gönnen wir uns auch noch. Den haben wir auch verdient, Leute. Schreibt mal ein Hashtag LandiOP, wenn ihr dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich bin erstmal raus. Haut rein. Ciao. Ciao. Wow, wow. Kakao. Kakao.